Heute konzipieren wir ein richtig cooles Menü in Adobe XD. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Adobe XD, beziehungsweise wie man mit Adobe XD ein Menü strukturiert, und zwar in der Fülle, also im gesamten Umfang des Menüs im Prinzip. Das heißt, man soll das so konzipieren, dass jemand, der es noch nie gesehen hat, direkt versteht, wie es funktioniert, wie er es umsetzen muss und was er dabei zu beachten hat. Diese Punkte werden wir in diesem Video jetzt besprechen, aber vorneweg, unten, ganz oben in der Videobeschreibung, findet ihr einen Discord-Server. Dort wird nicht nur über Technik geredet, sondern auch über Design, also wenn ihr selbst etwas gestaltet habt, könnt ihr danach Feedback fragen oder einfach anderen Feedback geben. Deswegen schaut dort auf jeden Fall vorbei. Ansonsten fangen wir jetzt auch direkt an. Los geht's! So und los geht's mit unserem heutigen Video. Das erste, was wir machen, ist im Prinzip Adobe XD öffnen, was ich in meinem Fall schon getan habe, und danach drücken wir die Taste A, bzw. ihr müsst nicht die Taste A drücken. Ihr könnt auch hier auf dieses kleine Icon drücken, aber damit könnt ihr euch im Prinzip hier an der Seite eine Größe auswählen von eurer Zeichenfläche, die ihr nutzen möchtet. In meinem Fall nutzen wir jetzt Web 1920. Allerdings ist 1920 von der Breite zwar in Ordnung, aber 1080 ist ein bisschen hoch, wenn wir nur ein Sticky Head Navigation darstellen möchten. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach mal ein ganzes Stück kleiner. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, könnt ihr einfach mit eurem Maus-Scrollrad einfach ranzcrollen und das Ganze nennen wir jetzt Menü Normal. Das heißt, das wird später unser normaler Zustand unseres Menüs. Um das Ganze jetzt ein bisschen besser zu organisieren, klickt ihr einmal in die Fläche und sagt hier unten Layout aktivieren. Hier unten kann man dann einfach sagen, im Prinzip, wo jetzt bei mir 140 drinsteht, sagen wir 320, komm, 350, nicht 320, zack und das Ganze wird jetzt der Außenabstand, also diese Fläche hier haben wir jetzt gerade auf 350 gesetzt und wir sagen, wir wollen das als Standard festlegen. So, das Ganze ist im Prinzip aber nur am Anfang wichtig. Später arbeiten wir sowieso mit Rechtdecken, also mit im Prinzip hier nicht mit dem Layout, sondern mit Rasterkästchen. So, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist uns erstmal jetzt so ein Menü-Container erstellen und das Ganze ist einfach, ihr drückt einfach R oder ihr drückt hier oben auf dieses Rechteck und könnt euch damit eine viereckige Fläche ziehen. Diese richten wir jetzt einfach mit Hilfe der intelligenten Hilfslinien aus, zack und sagen, das ganze Ding ist maximal 100 Pixel groß, hat keinen Rahmen, allerdings einen Schatten. Das heißt, wir haben jetzt hier oben schon mal so ein schönes, ja so eine schöne Fläche im Prinzip und das Erste, was wir jetzt machen ist, wir stellen uns mal ein Logo, ein Menü oder was auch immer hier oben in der Ecke steht. Normalerweise ist es halt irgendwie das Logo der Webseite oder der Namen der Webseite. In unserem Fall sage ich jetzt, das ganze Ding heißt Unleashed Design und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wenn man hier unten auf diese beiden Bläschen im Prinzip klickt, habe ich hier schon mal Farben und Schriftvorlagen und Icons reingelegt. Was heißt, wenn ich jetzt hier auf das draufklicke und sage Roboto Bold, dann passt sich das Ganze an. Ich kann das hier oben reinziehen und es ist perfekt ausgerichtet. So, was heißt, wir haben jetzt hier oben schon mal unser Logo. Das ist erstmal nicht so wichtig für das Menü. Die andere Seite ist deutlich interessanter und zwar brauchen wir hier, in diesem Fall habe ich überlegt, wir machen hier drei Menü, ja Menü-Namen im Prinzip und das Erste, was wir hier machen, ist Projekt starten? Fragezeichen. Das ist der erste, die erste Außerbox. Das Ganze wird Roboto 16 Pixel und wir sagen das Ganze in dem Wiederholungsraster, ziehen das groß, sagen hier, dass der zweite Menüpunkt ist Kennenlernen? Fragezeichen und der dritte Menüpunkt ist Arbeiten, Ansehen? Fragezeichen. Das heißt, wir wollen dem User auf dieser Webseite einfach die Möglichkeit geben, ups, das wollte ich nicht, einfach die Möglichkeit geben, direkt in einer bestimmten Weise mit der Website zu interagieren. Wir heben jetzt das Wiederholungsraster aus, weil wir das nicht mehr brauchen, haben dann hier unsere drei Menüsachen, können mit dieser Taste hier oben, also mit den beiden Strichen, mit dem Viereck in der Mitte, können wir das Ganze perfekt ausrichten, also dass zwischen allen Elementen gleich viel Abstand ist, können das Ganze im Prinzip jetzt hier so hinziehen, das passt ganz gut, können das auch noch hier drüben markieren, drücken auf diese Taste und richten das auch noch in der Vertikalen perfekt aus. Das nächste, was wir brauchen, ist unsere beiden Icons. Das sind einfach ein X- und ein Menü-Icon und im Prinzip brauchen wir als erstes nur das Menü-Icon. Das schieben wir jetzt hier oben in die Ecke und wir brauchen hier ebenfalls noch eine Suche. Exemplarisch für dieses Icon, das sind einfach nur vier Rechtecke, die zusammengefasst sind als Symbol, werden wir jetzt aber auch nochmal ein richtiges Symbol erstellen. Dazu erstelle ich jetzt einen Kreis und das passt, denke ich. Sage, das hat nur eine Fläche, sage, das ist ebenfalls schwarz. Kopiere mir diesen Kreis, halte Umschalt und Alt gedrückt, mache das Ganze kleiner, sodass es ungefähr passt und drücke dann hier oben praktisch drauf, wenn ich beide Flächen markiert habe, sodass ich das Innere vom Äußeren abschneide. Das nächste, was wir brauchen, ist ebenfalls wieder ein Rechteck, der hier so ein bisschen rausguckt für unser Festhaltegriff der Lupe im Prinzip und das Ganze ziehen wir jetzt auf 45 Grad. Das könnt ihr machen, indem ihr die Umschalt-Taste gedrückt haltet, zieht das hier unten so rein, dass es ungefähr passt, markiert beide Flächen, sagt, ich wollen das Ganze hier oben mit dieser Taste addieren und habe dann im Prinzip ein Icon erstellt. Das heißt, das ist jetzt ein normales Desktop-Icon, mehr oder weniger. Machen wir noch ein bisschen größer, dass es passt und das nächste, was wir machen, ist STRG-K, beziehungsweise hier reinklicken und als Symbol festlegen. Dann erscheint das hier unter der Symbolleiste als Symbol und ihr könnt es immer wieder verwenden. Warum Symbole wichtig sind, habe ich in vergangenen Adobe XD Videos schon öfter erklärt. Das heißt, wer sich dafür interessiert, einfach mal diese Videos gucken. Das Ganze richten wir jetzt noch am rechten Rand aus und haben jetzt hier unser Menü im Prinzip erstellt. Das Ganze denkt ihr euch natürlich, okay, das kann ich auch, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Was habe ich dabei gelernt? Eigentlich nicht viel. Und diese Frage ist natürlich absolut berechtigt. Erstmal ist das Ganze zu groß, sondern wir müssen kleiner machen. Sondern die Frage ist jetzt, wenn ihr das Menü, oh, das ist natürlich irgendwie verschoben, wenn ihr das Menü jetzt so jemanden geben würdet, ihr seid jetzt zum Beispiel der Grafiker in einer Firma oder ihr arbeitet mit einem Team zusammen und habt die Grafik übernommen, dann übergebt ihr das so an den Entwickler und dann kommt hundertprozentig als Frage zurück. Ja, sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich auf das Menü-Icon klicke? Oder was passiert eigentlich, wenn ich auf das Suchen-Icon klicke? Oder wie sieht das Menü aus, wenn es aktiv ist? Was heißt, wenn ich über die Menüpunkte drüber habe, was passiert in diesen Fällen? Und genau das ist das Problem. Das heißt, um diese Problematik zu bekämpfen, mehr oder weniger, kopieren wir uns jetzt einfach unser Menü. Das war jetzt nicht wirklich schwer. STRG C, STRG V. Und können jetzt hier sagen, unser Menü ist aktiv. Und zwar aktiv in dem Moment, wenn wir auf Projekt starten klicken. Und dann passiert eigentlich nur folgendes. Und zwar wird das Ganze blau. Was heißt, das war jetzt nicht sonderlich aufwendig, nicht sonderlich schwer. Das Ganze machen wir jetzt dreimal. Und zwar sagen wir das auch noch für Kennenlernen. Und wir sagen das ebenfalls auch noch für Arbeiten, Ansehen? Das heißt, das sind unsere ersten drei. Wir haben aber mehr. Wir haben ja noch ein Menü-Icon und wir haben noch ein Suche-Icon. Das heißt, wir brauchen ebenfalls noch zwei weitere. Und zwar einmal Submenü, weil das kommt, wenn man auf das Untermenü, also auf das Menü-Icon klickt. Und wir haben hier ebenfalls noch unsere Suche. Das heißt, wir haben insgesamt fünf verschiedene Menü-Stadi, nur bei so einem kleinen Menü. Ihr könnt euch dann natürlich vorstellen, wie das Ganze aussieht, wenn man ein Menü hat, wie das von Amazon oder sowas. Das Ganze wird sehr, sehr, sehr aufwendig. Allerdings hat es viele Vorteile und ich werde euch gleich auch noch zeigen, welche. Als erstes müssen wir aber hier das Weite anpassen. Das heißt, das wird schwarz, das wird blau, das wird schwarz, das hier hinten wird blau, weil das hier jeweils wieder die aktive Seite ist, damit das passt. Hier bei diesen beiden Sachen wird alles schwarz. Und im Prinzip hier haben wir jetzt unser normales Menü-Icon. Das wollen wir aber nicht. Wir haben hier unser Submenü, was aufgeht. Was heißt, wir müssen das hier anpassen. Deswegen ziehen wir uns jetzt einfach dieses X hier rein, legen das hier mittig drauf, löschen das im Prinzip raus, weil das brauchen wir nicht mehr und haben jetzt unser Menü-Status etwas aktualisiert. Mit R können wir uns jetzt hier wieder ein Rechteck ziehen und ziehen das jetzt einfach, dass es bündig passt, hier hin. Zack, klicken hier rauf, anordnen in den Hintergrund, sodass unser Schatten wieder rauskommt. Sagen hier, unser Rahmen möchten wir gerne nicht mehr anzeigen. Allerdings soll das hier so ein leichter Grauton sein, damit sich das vom Hintergrund abhebt. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen hier unten noch ein paar Menü-Punkte. Was heißt, wir schreiben jetzt einfach unsere Menü-Punkte auf. In unserem Fall sagen wir, das ist Projekt, Projekt T. Und das Ganze ist Roboto. Das Ganze ist in einem Wiederholungs-Raster. Was heißt, wir machen das Ganze wieder größer. Klicken hier rein. Und der zweite Menü-Punkt ist, keine Ahnung, Block. Der dritte Menü-Punkt ist Leistungen. Und der vierte Menü-Punkt ist Kontakt. Was heißt, das sind unsere drei Punkte. Das Ganze Wiederholungs-Raster können wir jetzt einfach wieder aufheben, löschen diese beiden Punkte hier hinten raus, markieren uns diese vier Menü-Punkte, drücken wieder hier oben auf die Taste, damit sich das perfekt ausrichtet, ziehen das hier oben in unser Sub-Menü. Das ist vielleicht ein bisschen hoch, unser Sub-Menü. Das können wir ein bisschen niedriger machen, sodass es passt. Und haben jetzt unser Sub-Menü erstellt. Das heißt, jetzt wird klar, was passiert, wenn wir auf den Knopf hier oben drücken. Wir erst auf den Menü-Icon. Das heißt, das hier geht auf. Wie das genau aufgeht, das ist dann eine Aufgabe von der Beschreibung oder der Erstellung einer Animation mit AfD-Effekts. Allerdings geht es erstmal auf. Das heißt, das ist Punkt Nummer eins. Unsere Suche macht ebenfalls etwas. Was heißt, wir markieren uns jetzt einfach unsere gesamte Fläche. Das hier oben sperre ich mal eben, sodass wir das hier markieren können und ziehe das Ganze einfach mal so ein Stück rüber. Und das Nächste ist, wir nehmen uns so ein Linienwerkzeug und ziehen uns unter unserer Lupe bis hin zum Ende der Seite eine Linie. Diese färben wir ebenfalls schwarz. Und ganz wichtig ist, jetzt wird zwar klar, was passiert, wenn man auf die Lupe drückt, aber die nächste Frage, die kommen würde, ist, wie sieht eigentlich der Text innerhalb des Input-Feldes aus? Was heißt, sowas muss auch festgelegt werden, wenn jemand anderes das entwickelt. Was heißt, man klickt jetzt hier rein und sagt zum Beispiel neueste Arbeit, aber wir sagen nur neueste AR, klicken dann Roboter. Das Ganze soll nämlich in Italics sein und markieren das hier so in die Mitte. Und ich habe das nicht zu Ende geschrieben, weil das für die Suche natürlicher aussieht, wenn da kein festes Wort drin steht, sondern sowas angefangen ist. Was heißt, wir erzählen uns eine neue Linie und machen dahinter im Prinzip diesen typischen Schreibcursor, sodass es aussieht, als wenn gerade jemand etwas tippt. Das ist ein bisschen weit weg. Schreibcursor ist nochmal hier deutlich dichter dran. Ja, sodass es im Prinzip aussieht, als wenn da gerade jemand fleißig am Suchen ist. Und das ist im Prinzip jetzt unser Menü in verschiedenen Menü-Status-Ebenen mehr oder weniger. Das Nächste, was Sie jetzt machen müssen, ist das Ganze ein bisschen noch prototypisch umzusetzen. Dazu klicken wir hier oben auf diese Prototyp-Fläche und damit können wir jetzt eine ganze Menge machen. Und zwar sagen wir jetzt als erstes, wir haben ja hier immer unser Logo im Prinzip. Das führt immer wieder zur Startseite. Das heißt, immer wenn ich auf das Logo drücke, soll es wieder zur Startseite führen. Das soll einfach das klar machen, dass es immer wieder, ja, dass da einfach Link drauf liegt. Dann bei Projekt starten, das führt zu Projekt starten. Bei Kennenlernen führt zu Kennenlernen. Arbeiten ansehen führt zu Arbeiten ansehen. Das Menü führt zu unserem Submenü. Und die Suche führt zu unserer Suche. Das Ganze müssen wir jetzt für alle Punkte in diesem Menü übernehmen. Das mache ich jetzt mal eben. Also bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal alles verlinkt. Wenn ich das Ganze markiere, seht ihr auch, da sind eine ganze Menge Links entstanden. Und ich kann jetzt hier oben einfach auf Menü normal gehen, hier auf diese graue Fläche klicken, weil das ist im Prinzip die Seite, mit dem unser Prototyp startet. Und ich kann das Ganze hier einfach mal vorschauen lassen. Was heißt, so öffnet sich ein Fenster, in dem wir jetzt klicken können. Was heißt, wir können sagen, was passiert, wenn wir hier auf Projekt starten klicken. Was heißt, oh, es wird blau. Und das erklärt im Prinzip jedem Entwickler sofort, was gemeint ist. Was heißt, es gibt einen Aktivzustand. Ich kann jetzt einfach durch diese drei Menü klicken, wie ich möchte. Ich kann jetzt hier aber auch einfach sagen, oder stimmt irgendwas noch nicht? Habe ich hier etwa nichts verlinkt? Nein, hier habe ich nichts verlinkt. Da ist ein Fehler. So, das ist natürlich nicht gut. So, nochmal starten. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin bin, kann ich jetzt wunderbar zwischen den einzelnen Menüpunkten hin und her klicken. Ich kann das Submenü öffnen. Ich kann das Submenü wieder schließen und öffnen. Was heißt, ich weiß, da geht ein Menü auf. Ich kann die Suche starten. Ich kann die Suche wieder schließen. Ich kann aber auch, wenn ich in der Suche bin, irgendwo anders hinklicken. Und ich kann auch natürlich hier vorne drauf klicken, um wieder zur Startseite zu kommen. Was heißt, dadurch wird jedem Entwickler klar, was ihr euch bei diesem Menü gedacht habt. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn ihr zum Beispiel wirklich nur diese obere Fläche hier gestaltet habt. Was heißt, das hier oben ist zwar grafisch okay, aber Usability-technisch versteht niemand, was damit gemeint ist. Und deswegen ist es so wichtig, das Ganze prototypisch in verschiedenen Menü-Status-Ebenen anzuwenden. Das Ganze hier ist natürlich nur wichtig in dem Moment, wo ihr in einem Team arbeitet, wo ihr nicht mehr alles selbst übernehmt. Wenn ihr beispielsweise wisst, dass ihr alles umsetzen werdet, dann müsst ihr das Ganze nicht so komplex aufbauen, weil, wie gesagt, ihr das natürlich wisst, was ihr euch dabei gedacht habt. Allerdings ist das im Team, ist das hier die normale gang und gäbe Praxis mehr oder weniger. Und in einem weiteren Video in der Zukunft werde ich euch zeigen, was es mit Design-Spezifikationen Adobe XD aufhat. Also seid gespannt. Bis nächste Woche. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie gesagt, der Discord-Server, genauso wie Facebook, Twitter, Instagram sind unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Amazon-Affiliate-Links, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis bald. Ciao. Ciao.